Moin sehens, olaha, willkommen zurück bei Rüsen. Joa, ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch mal ein letztes Mal den Strand aus. Wir gehen ein letztes Mal zu unserer Hometown. Hometown ist gut, beziehungsweise dem Homestrand, da wo alles begonnen hat. Oh ja, oh ja, oh ja. Das wird sehr interesting werden. Aber ich glaube, wir haben schon letztes Mal hier ein paar weggeklatscht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch so Wikin kriegen werden. Unwahrscheinlich, oder? Aber dafür machen wir das Ganze ja jetzt schon mal nichts. Ja, das ist jetzt echt nur noch. Einfach mal Nostalgie und abchecken. Wir haben ja auch nicht mehr so viel. Also wir haben ein Titan-Objekt bisher, nämlich den, äh, den, äh, Helm haben wir. Also diese anderen Titan-Waffen, die zählen nicht so wie das Zepter. Das sind mehr so ganz nice Gimmicks, aber das sind nicht die, die wir zum, äh, bla bla der Hauptquest brauchen, ne? Zum Progress. Poggers. Die brauchen wir nämlich nicht dafür. Na, noch nichts los hier. Noch nichts los hier. Das ist gut. Dann habe ich letztes Mal doch relativ gut hier gecleared, aber wir gehen noch mal trotzdem an den Strand, vorsichtshalber. An den Strand vorhörbar. Bam. Ja, fuck it. Äh, wo ist der Teleport zurück zu... Südwestliche Ruine? Nee, ich will doch hier... Wo sind wir hier? Westliche Ruine, hier müsste es sein, oder? Oder nee, südwestliche, sorry, ich bin dumm. Ist die falsche, ich brauche südwestliche Ruine. Oh, hier ist auch nicht so bad. Lass dich nicht umbringen. Hier unten war ich doch schon mal, ne? Nur nochmal testen. Sechs, nicht die fünf. Äh, ja, whatever. Da, schon mal nichts, aber wir gucken jetzt, bevor wir bei den Bandidos nochmal auftauchen. Gucke ich doch nochmal, stimmt, bei, bei, bei... Wir müssen ja auch noch zu, ähm, Don Esteban rein, stimmt ja. Hier war ja auch nix. Wir müssen nur nochmal da nach oben latschen, aber ansonsten... Easy. Ach, guck mal an, wer denn da? Wer ist denn da? Was machst du denn hier? Na, mein Held? Was machst du denn hier? Naja. Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach, was, ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Oh Mann. Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen. Wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Ich weiß nicht, könnte gefährlich werden. Normal bist du dabei. In Ordnung. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen. Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir freuen. Ah, stimmt. Der große Wasserfall. Ah, ja, 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 ja. Stimmt. Mit der Aschebeste. Aschebeste. Ola. Mach das. Alter, der hat das Schwert runtergeheatet. Du Wichser, Alter. Ich wollte das looten. Ach ja, lass uns handeln. Das geht. Lass uns handeln. Kann ich hier sterben? Die nehmen Teiltränke ein. Ach du. Paddy kann sterben. Holy. Diese Echsen sind ganz schön hartnäckig. Sie tragen Rüstungen aus einem Material, das sich Obsidian nennt. Ziemlich hartes Zeug. Dann sei lieber vorsichtig und pass auf, dass sie uns nicht umzingeln. Ja, ja, ja. Ich kenn mich damit aus. Psst. Ich schnackle den, wie sie kennen. Mach das. Boah, wie es ihn gibt. Ja, so ist es richtig. Genehm. So. Gibt es hier unten welche? Oder only on the other side? Hier haben wir welche. Ihr grotesken Geschimpfe hier. Ist halt auch übelst Mana-effizient, ne? Ich hör die Typis noch. Ich hör die noch. Oh, wir haben hier einen Priester. Der muss definitiv als erstes weg. Ich schnackle den. Warum säuft Patty eigentlich, wenn sie kein Leben verliert? Die eh unsterblich ist. Warum? Oh, sie ist nicht unsterblich. Patty kann doch verrecken, okay. Aber sie hat richtig viel Leben. War das alles? Glück. Hier oben sind aber keine mehr, ne? Von da kam ich ja, ne? Na, nochmal abchecken. Ne, 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 ne. Alles gut, alles gut. Immer auf diese Kanten aufpassen. Alter. Ist das hier neu? Also in der Tat. Mal von fern. Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat? Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt. Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat. Diese Mistkerle. Lass sie uns fertig machen. Ja, jetzt hast du Bock, ne? Abgebrochen. So. Mal von vorn. Okay. Oh, Junge, merkst ihr. So. Der Dietrich ist abgebrochen. So. Alter. Damn. War das... bisschen empöret. So. Auf die muss man auch passen. Diese Elite-Krieger, das sind Untote. Das sind untote Echsen. Warum auch immer. Die Untoten mit denen schillen. Habe bis heute nicht gesagt. Immer. Immer, Mimma-Lady. Ich habe da unten wieder welche gehört. Wir sind nicht allein, ne? Aha. Das sind die Keks. Das sind halt ultimative Keks. Oh. Reines Geschnetzel. Das gibt auch ordentliche XP hier. Definitiv. Ja, jetzt gucken wir hier mal nach. Was geht. Wir können auch in den Ruinen und so nachgucken. Ja, das ist ein Kriegsaal. Nicht mehr genug, Mann. Das ist eine Scheiße. Saufi, Saufiii. Naja, hier. Ah, ich wusste es. Hier sind auch noch welche. Egal welchen Weg man geht. Sie fangen einen ab. Ah, das ist gut. Das kriegen wir auch so hin. Hier oben aber keiner mehr, ne? Die haben das alle nicht mitbekommen. Geht auch nicht. Hier ist keiner. Diese Ruinen machen mir Angst. Tatsächlich. Bla, bla, bla. Dann solltest du dir mal die Tempelruinen der Echsen ansehen. Die sind beextinkt. Mir reichen schon diese alten Gemäuer hier. So. Ja, Maul. Wir legen uns jetzt erstmal mit allen an. Dafür sind wir extra hier. Gibt den Füchern auch nichts aus. So. Hier irgendwas? Nee, aber wir gucken jetzt hier unten. Es ist wahrscheinlich absolut möglich, dass es hier unten welche gibt. Ich bleib erstmal hier. Okay. Aber ich glaube nicht. Es wäre richtig hohl. Ja. Nee, das kommt alles von oben. So, Patty, wo bist du? Dann los. Ehre. Sag mal, du willst doch wohl nicht darunter in die Ruine, oder? Und wenn es so wäre? Sagtest du nicht, du willst zu einem Wasserfall? Da unten wirst du keinen finden. Ich war doch gerade eben hier schon. Egal. Das war wieder zu spät. Aber nice, dass die Patty ihr so viele Kommentare abgeben kann. Ich schnapp' mir den Mist. Oh shit. Das sind Personen, Patty. Das war's mit dem Vieh. Man zeigt nicht mit dem Finger auf Personen und so. Hier war deine Zelle, ne? Ah, remember. Hey, willst du mich etwa wieder in diesen fürchterlichen Raum sperren, oder was soll das? Natürlich nicht. Ich war nur neugierig. Lass uns hier wieder abhauen, ja? Ich hasse diesen Ort. Das ist echt nice, wie viel die beiträgt. Wie viel zu jeder Kleinigkeit kann die was sagen. Das ist cool. Patty generell ist cool. Eine von den wenigen. Also, Risen-Charaktere sind viele jetzt nicht auf dem Level wie bei Gothic meiner Meinung nach. Aber Patty gehört definitiv zu den Besseren. Also, denen man auch mehr Charakter gegeben hat. So wie der Inquisitor. Also, ansonsten ist hier das nicht auf einem Level wie Diego Xadas oder so. Oder der namenlose Held selber ist auch in Gothic der tausendmal bessere, meiner Meinung nach. Dieser hier ist eher etwas so Default, keine Ahnung. Ah, nee. Runter, runter. Wir haben es gleich. Was machst du das? Ja, so ist es richtig. Gib dem Biest ein ordentlich saures. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir erhalten, wenn wir so weitermachen? 19 Punkte, ne? Oh, lol. Gut getan, Freundchen. Muss mal wieder mehr Inferno ballern, ey. Scheiße. Kommen sie zurecht? So. Ei. Heftig, 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 heftig. So, bevor wir aber Wasserfall gehen, würde ich trotzdem unten mir die ganze Insel angucken. Dafür sind wir ja hier. Das war's mit dem Vieh. Das war's mit dir, du Penner. Boah, Junge, wie viele sind denn hier? Oh, wow. Einige. Alarm. Chill. Ah, letzte Anführer, oder? Ich glaube schon. Das waren die Anführer-Dudes. So. Many Ehre, da liegt noch so eine ominöse Truhe. Lol. So. Cool. So, Patty, bevor wir jetzt zum Wasserfall gehen, schleife ich dich nochmal bis ganz nach unten. Ich bleib erstmal hier. Okay, wir sehen uns aber, oder? Ich hoffe mal. Ich speichere hier mal. Sonst kann ich auch wieder ein bisschen mehr, mal ein bisschen, ein bisschen abgehen hier. Ein bisschen so, 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 you know. Es wäre logisch, dass es hier jetzt eigentlich keine Echsen mehr gibt, weil die Echsen bewachen ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nur die Titangräber. Und da das Titangräber ja da vorne ist, müssen die hier auch nichts mehr bewachen. Aber ey, das hilft ja mal vielleicht nachzuschauen, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht so viel Interessantes finden werden. Ähm, nope. Ja, ehre, dann sind wir hier durch. Ja, fuck it, wir laden noch. Okay, die ganze Arbeit muss ich mir nicht machen, wieder nach oben zu latschen, dafür, dass ich hier nix gefunden habe. So. Oh, Patty, mein Lieber, let's go. Komm mal mit. Du, hör mal, ich denke, für mich ist hier Schluss. Ach Gott, ja. Die ganze Geschichte ist mir doch ein wenig zu heftig. Na schön, ich gehe allein weiter. Hinter dem Wasserfall, da muss ich das gerade befinden, was ich suche. Mach das. Ich hoffe, du kommst da in einem Stück wieder raus. Ich werde hier auf dich warten. Voll nice von dir, Patty, dass du so geduldig auf mich wartest. So, das kennen wir ja alles hier. Der Asche-Bäsch-Stil, die haben wir schon erledigt letztes Mal. Wie war das hier, Levitation Game Strong, oder wie? Ah, da kann man nicht, da sind Anti-Magie-Kristalle, Leute, passt bloß auf. Hier müssen wir, oder? Ah, ich erinnere mich. Mit den Ghoulen. I remember 21st of September Jetzt wirst du aufgemacht. Alter, der Ghoul hat schon Bock. Alter, ey. Das läuft ja mal. Darf ich? Wo geht's hier lang? Gibt's hier was? Ja, da seh ich doch schon wieder so ne Abgrund. Eine Abgrund. Soll ich mal hier runter? Weißt du, was es hier gibt? Alter. Ein Abgrund. Green Sherling Lit. Die Frage ist, wann werden wir eigentlich uns auch die anderen Pflanzen zur Gemüte führen? So viel Heldenkronen werden wir auch nicht mehr kriegen. Was mache ich dann endgültig, wenn... Keine Ahnung, Final Countdown oder so. Boah, Kletterkollege. So, jetzt müssen wir den guten alten Levitation-Trick machen. Oh, fuck. Lass mich durch. Was ist denn das hier? War das meine Rettung? Zum Geil, bin ich hier. Fuck. Toter Krieger, hallo. Hallo, Senior. Ganz schnell hier, Freundchen. Ganz schnell hier. Ich hab nicht mehr genug Mana. Da muss ich das machen. So. Damn, son. Damn, son. Hier ist ein Hebel. Was haben wir hier? Was passiert hier? Wann sind Brontoks oder so? Komm, ich klatsch dich weg, Alter. So, und was haben wir hier Feines? Was ist hier drin? So, ich denke, hier geht's eher nach oben. Probably. Ja, stimmt. So, den gleichen Fehler werde ich noch mal hier machen. Kommt her, lasst euch von mir überrennen. Aber ihr wisst, was da abgeht, habe ich das. So. So. Kann man hier deactivaten. Sehr gut. So habe ich es richtig lieb. So habe ich es am liebsten. Was ist das für eine bescheidte Indiana Jones Falle? So. Darf ich? Steinplatte. Steinplatte ist Poggers. Steinplatte ist immer Poggers. Interessant. Aber ich glaube über 200 geht nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Bringt einem nicht zu mehr viel. Hoch mit dir. Wochenende. Wochenende. Hoch die Wochenende Hände. Hoch. Scheiße. Das war dumm von mir. Ich hätte vorher eigentlich, eigentlich den Feuerwehr raus... Shoutout an die Jungs, da hätte ich raushauen müssen. Was? So, hier, da hinten. Nicht runterfallen. Scheiße. Nicht mehr genug, Mann. Ja, trink was. So, das mache ich so. Ich bin schon heftig hier. Jetzt reicht es aber mal. Magie wirkt hier nicht. So. Meine Jüde, was ist eigentlich mit dem anderen passiert? Hat es den zermalmt, oder wie? Ne, der ist aber... Achso, da hinten, oder? Jetzt erst mal, was mache ich hier überhaupt? Kann man da runterjumpen? Hier gibt es so viel zu entdecken, ne? Soll ich das hier mal ausprobieren? Jumpen? Lol. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber... Oh boy... Abgebrochen. War klar. Oh Junge! Rechne! Das war vorhin auch so, oder? Ohasche Beste. Wo kriegen wir eigentlich die Rune davon her? Ich höre hier doch Viech. Untodes Biest, oder wie die Dinger heißen. Oha, der hält zwei von denen aus. Heftig. Was geht hier so geil? Das ist eine Shots to do. Und nochmal mit Megaschloss. Geil. Und nochmal von vorne. Oh Junge. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Oh boy. Okay, dann habe ich's. Dann habe ich's. Ich sollte mir aber Fred hören, oder? Eventuell. Fred wüsste was zu tun ist. Scheiße. Und noch einmal. So, Fleisch haben die ohne Ende. Lecker, lecker. Was ist denn hier hin? Oh Junge. Einmal nicht richtig hingewackt, ey. Oh Gott. Ich bin gerade eben gestorben und ich habe's nicht hingekriegt, ey. So. Was für eine Ehrenaktion. Ich habe nicht mehr genug gemacht. Mann, trink was. Das ist doch scheiße hier, ey. Kommt her hier. Warum habe ich vorher nicht gespeichert? Da musst du aus der Hände abstürzen, ey. Nein. Oh Gott. Gut. Speichern. Extra ist das Ding abgestürzt, während ich hier gespeichert habe, ey. Ich habe doch jetzt hier das Ding geknackt, oder? Warte mal.